Schratzen! Herz, bringen Sie uns zu dieser Position. Ja, Kommandant. Sie haben es geschafft! Langsam, Kerz. Nicht so dicht an die Mauern. Wir sind gekommen! Schratzen, 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 Schratzen! Schratzen, 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 Schratzen! Schratzen, 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 Schrotzen, 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 Schrotzen Wie kommen Sie voran, Kertz? Ich hab's gleich! Kertz! Bringen Sie uns zur Brücke! Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Eingriff nicht abbrechen! Das ist Hellsmord! Wir werden alle draufgehen! Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben! Das sind einfach zu viele! Beruhig dich, Mann! Hey Gott, nochmal! Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund! Wir sind gleich an der Wolken! Machen wir einfach unsere Arbeit! Das Ziel ist erledigt! Peter! Wenn Sie so weitermachen, haben wir ein Problem! Suchen Sie uns Deckung! Schnell! Treffer bestätigt! Gut, Kertz! Legen Sie los! Ich arbeite dran! Was war das? Der macht keinen Mucks mehr! Passen Sie auf, wo Sie hinfahren, Kertz! Nur die Ruhe! Wir schaffen das schon! Nur die Ruhe! Wir schaffen das schon! Noch mehr, Shermans! Das sind so viele Herr im Himmel! So viele! Sie haben Panzer! Aber wir haben einen Tiger! Alles fertig! Erwicht! Volltreffer! Ziel getroffen! Ziel ausgescheitert! Sie sind getroffen! Fahren aber doch! Sind die anderen Panzer? Jetzt sind wir auf uns gestellt! Kertz! Folgen Sie den Gleisen! Reparaturen erledigt! Nachden Sie auf die Tante! Wir machen das! Verrugen Sie sich in den letzten Diensten! Were Sie? Großen Sie? Großen Sie im Moment! Bauen Sie uns! Wir haben einen Weeren! Oh! Was ist derart? Wie ist die Tante? Kommandant, roter Bauch! Auf Schäden überprüfen. Jawohl! Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss doch raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann! Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott noch mal! Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, noch mal, Müller. Nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Haus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Und das gilt für jeden hier. Ich bin einfach so, Jean. Und das gilt für jeden hier. Und das gilt für jeden hier. Ich bin sehr froh, wie Sie sich für jeden, ich bin sehr froh. Ja, Mann! Ich bin sehr froh. Ich bin sehr, was Sie sicher! Wo ist Hauptmann? Wo ist der hin? Der desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Was? Oberkommando waren anverschleitend. Küpfen Sie zu vorgeschriebenen Basis vor. Alle Unterlagen über unsere Truppenbewegungen müssen zerstört werden. Danach stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Streitkampel. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Katz. Sedan. Untertitelung des ZDF, 2020